So, willkommen zu einem neuen Böller-Video. Heute habe ich hier die Cobra Mini von Di Blasio Eli. Ja, also, die habe ich auch noch nie gesehen. Das ist eine 30er Packung. Oh, 30? In der Riesenpackung? Na, so klein können die eigentlich ja gar nicht sein. 1,5 Gramm pro Stück. Okay. Okay. Na ja, heutige Reiber haben 0,6 Gramm NEM. Ist doch schon eigentlich ordentlich. Geh auf. So, aha. Oh. Ach, so ist das. Das sind hier solche mit Lunte. Und dann hier so noch ein Bengalenmaß oder sowas ähnlichem. Okay. Ja, eine richtig fette, heftige Visco haben die wie so ein Draht. Richtig heftig. Und ansonsten auch wieder eine Top-Verarbeitung. Ja, auch bei denen bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Viel Spaß. Cobra Mini. Ja, die gehen voll klar. Also, auf jeden Fall. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.